Unreal Engine Star Priest Studios Und für 1,49 ist dieses Spiel In meinen Warenkorb gelandet Ich habe das schon eine ganze Zeit Auf der Wunschliste stehen Aber ich habe mich noch nicht getraut das zu holen Und ich dachte jetzt Ha Für so wenig Geld kann man jetzt nichts falsch machen Also Gut Rotate Camera Rotate Camera Left Interact Little Brother Big Brother Back Schön Das ist doch mal Ein Ich würde sagen eher ein Konsolenspiel Denn Mehr gibt es nicht Und das war's Das ist super Gut Dann beginnen wir mal das Spiel Ich werde das jetzt auch nicht In 60 Frames hochladen Wie ich den Lara Croft hochgeladen habe Weil ich finde Das braucht man bei sowas nicht Okay Oh 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 Papa! 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 I love the mario! What are you? I am having time... biography! Stop! Okay, scheinbar ist die Mutter gestorben Und der Vater krank Oh Äh, LT Okay Ich muss beide Güter gleichzeitig steuern Das ist ja witzig Oh Okay Äh, ja Das ist etwas schwierig Zum Anfang hin Aber irgendwie geil So Jetzt musst du hier hingehen Okay Du kannst das nicht Dann stellst du mal in Und Du machst das Ganze Okay Okay Ach, das ist ja falsch Ich wette Ich wette Aha Ey Nein Du musst natürlich nach oben Und du musst auch nach oben So So Und jetzt müssen Boah Das ist Total Irritierend Irritierend Okay Okay Boah So Hallo So Oh Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Okay, dann müssen wir halt weiterlaufen. Wow. Okay, also der Kleine kann offensichtlich nicht schwimmen. Gut, ich fürchte, wir müssen hier weiter runter schwimmen. Okay. Okay. Oh. Was für ein Scheißtyp das ist. Okay. Okay, immer schön festhalten. Gut, ich nehme das jetzt auch. Heute mal mit dem Controller auf und zwar habe ich zum Weihnachten ein Dongle geschenkt bekommen. Womit ich dann schön beides gleichzeitig benutzen kann. Das ganze Kabel losnutzen kann. Und das ist genial. Also ich kann jetzt hier spielen ohne irgendwelche Kabel zu haben. Das einzige Kabel was ich jetzt noch hier habe ist das von meinen Lautsprechern und vom Mikrofon. Boah. Ich spiele keine 13 Minuten. Aha. Mein Lieber, du passt da durch. Und du kannst auch die Kurbel drehen. Das ist witzig. So, wo müssen wir hin, müssen wir. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier bergauf. Boah. Boah. Oh. Oh. Oh, wie geil. macht der größere Sohn was anderes. Ach wie geil. Ich muss irgendwie die Charaktere In einer Reihenfolge halten, damit ich nicht dauernd durcheinander komme mit den beiden. Auf Wiedersehen! Cool, man kann also auch Sachen öfters machen. Damit sie richtig laufen. Das ist doch schon mal schön. Naja. Ich fürchte, ich muss mal kurz unterbrechen. Bin gleich wieder da. Okay. So, ich bin wieder da. Und wir gucken mal weiter. Okay.